Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Fetch.ai ein bisschen genauer an, war in den Kommentaren oder generell sehr sehr oft gewünscht von euch. Wir sind hier schon etwas länger drin, deswegen müssen wir hier jetzt erstmal gucken, wo sind für potenzielle Neuanleger hier möglicherweise Kurseinstiege, wie verfahren wir für die, die jetzt schon in Fetch.ai investiert sind. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, natürlich auch mal die kleineren Timeframes und mal ganz kurz auf CoinMarketCap. Bevor wir hier doch starten, würde ich sagen, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren und einen Kommentar unten mit euren weiteren Altcoin Wünschen da lassen. Ich habe zwar schon eine Menge, aber trotzdem gerne noch ein paar Wünsche reinhauen, vor allem mal neue Coins, die vielleicht noch eher unbekannt sind, würden mich interessieren, weil wir haben schon sehr sehr viele normale Coins, die jeder wahrscheinlich schon im Portfolio drin hat. Deswegen schreibt auch gerne mal so ein paar neuere Coins rein, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Und wenn ihr dazu noch Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, dann schauen wir uns mal Fetch.ai hier auf CoinMarketCap ganz kurz an. Wir haben momentan einen Preis von 62 US-Dollar Cent. Wir haben eine MarketCap von 520 Millionen, also wir sprechen hier nicht mehr von einem Low-Cap, eher schon einem Mid-Cap oder ja, ist schon ziemlich grenzwertig auf jeden Fall. Aber AI-Thema ist natürlich oder war bis, sage ich mal, vor einem Jahr, glaube ich, so circa dieser Mega-Hype, begleitet uns natürlich aber immer, immer weiter oder wird natürlich immer, immer mehr auch kommen. Natürlich auch in der realen Welt, deswegen ist es bei Krypto wahrscheinlich auch immer noch so ein Hype, beziehungsweise könnte hier auch noch ein größerer Hype in den nächsten Jahren kommen. Ihr könnt auch gerne mal so diese bei CoinMarketCap mal so als Tipp einfach mal so hier, da gibt es ja auch Kategorien und sowas, wo ihr auch noch AI-Coins filtern könnt und sowas, dann könnt ihr euch auch da mal ein paar Low-Caps gerne raussuchen. Nur so als kleiner Tipp von mir, so mache ich das nämlich auch öfters mal, um auch mal ein paar Low-Cap-Projekte da immer noch mit reinzukriegen, weil das auch so, wenn ich ein größeres Projekt habe, sowas wie jetzt Fetch.ai, suche ich mir meistens dann immer noch so ein kleines Low-Cap-Projekt raus, einfach wo mal Low-Cap-Portfolio ist, also sowieso abgegliedert vom normalen Portfolio, aber wo man sich dann vielleicht auf 10, 50x möglicherweise einstellen kann. Fraglich, ob man das dann immer noch bei so 500 Millionen MarketCap-Projekten sieht. 500 Millionen natürlich nichts eigentlich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Projekten. Wir sind ja hier erstmal auf Position 107, also wir haben noch ordentlich Potenzial nach oben, vor allem in dem ganzen AI-Sektor. So, gehen wir mal in die Analyse rein und zwar momentan, wie gesagt, bei 62 US-Dollar-Cent. Wir hatten jetzt hier unser Top oder unser vorläufiges Top hier oben bei 80 US-Dollar-Cent. Das wird jetzt erstmal gebracht. Wir hatten da die Korrektur natürlich genauso wie der ganze Kryptomarkt. Der Chart ähnelt ziemlich gleich dem Bitcoin-Chart momentan, muss man wirklich oder fairerweise sagen. Wenn wir uns mal hier auf den 4-Stunden-Time-Fundern unserem High hier oben bei 0,78 bis runter auf 0,52, also ihr seht schon, die volatile Phase ist hier schon sehr, sehr groß gewesen. Wenn wir uns mal den Abverkauf prozentual angucken, haben wir hier bei 33% knapp Abverkauf. Also schon heftig, wie auch Altcoins da teilweise immer noch drunter leiden. Kurzfristig, wie gesagt, haben wir hier noch Potenzial auf 68 US-Dollar-Cent hochzusteigen. Würde aber bereits, falls hier irgendjemand in Long-Position drin ist, bei 65 vielleicht die ersten Profit nehmen und dann hier langsam so in den Short-Entry-Bereich reingehen, weil wir hier die Ineffizienz haben. Dann haben wir hier eben das Golden Pocket plus mehrere Supply-Zones, die hier in diesem Bereich einfach reinkommen. Also wer das shorten will, das ist so ein bisschen die Short-Area, wo auch zu Bitcoin passen würde, wenn wir hier wirklich von 45k ausgehen, dass dann hier noch ein ordentlicher Wumms nach oben hinkommt und dann die nächste Abverkaufswelle. Und wo könnte diese nächste Abverkaufswelle hingehen? Das schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Ich mache hier mal ganz kurz das Fibreville weg. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar hatten wir hier unsere Kaufzone letztes Jahr, war das ja letztes Jahr im August, zweimal hinterlegt. Das war die Kaufzone. Zweimal wurde diese Kaufzone auch getroffen. Das heißt, hier sind die meisten nach jetzigen Stand, wenn wir mal immer von der Oberkante gehen, weil wir wollen hier nichts verfälschen, vom jetzigen Stand 225% sogar bis zum Top waren sogar 317%. Das heißt, auch hier ist der Einsatz momentan wieder raus und es laufen nur noch Profite. Das heißt, für alle Neuanleger, wo gehe ich jetzt rein? Die Kaufzone bleibt auf jeden Fall. Also dieser Bereich hier unten zwischen 19 und ich sage es mal 17 US-Dollar Cent, Kaufzone bleibt gleich. Das wäre auch so dieser Bereich, wo ich auf jeden Fall die Position wieder auf normale Positionsgröße raufsetzen würde. Ansonsten, für alle, die noch nicht hier in Fetsche Eier sind und das sage ich jetzt immer, in jedem Coin versucht nicht auf den perfekten Boden zu warten. Ich habe auch schon Kommentare gesehen, die gesagt haben, ja, aber lieber gehe ich jetzt 100% rein und ja, dann bin ich wenigstens im Markt drin. Ja, verstehe ich, aber ich bin, ihr müsst es natürlich nicht nachmachen, das ist alles nur so meine persönliche Meinung. Ich bin dann eher so Fan und sage, okay, ich suche mir jetzt, wenn ich jetzt noch nicht in dem Markt drin wäre, würde ich mir jetzt einfach mehrere Buy-Zones suchen. Und da eignen sich zum Beispiel jetzt hier, wenn wir jetzt das FIP-Level ziehen, von 16 US-Dollar Cent bis zu 80 US-Dollar Cent. Also es ist ja auch schon eine Riesen-Range, wir haben es ja gerade gesehen, 300, 400%, dass man sich hier mehrere Zonen raussucht. Und da würde sich vor allem hier einerseits natürlich das 0,5er bis Golden Pocket aneignen, also dieser Bereich hier, wo ich sagen würde, okay, man sucht sich hier 25, vielleicht 30% raus, dass man hier drei Areas draus macht, dass man sich hier drei Trades reinsetzt, beziehungsweise drei Spot-Käufe in dieser Zone zwischen 0,47 und 0,38 US-Dollar Cent. Die zweite Zone würde ich dann erst hier unten bei knapp 0,23, also bei 23 US-Dollar Cent hier setzen, weil wir hier doch noch einen ordentlichen Volumenanstieg haben und die dritte ist dann die alte Buy-Zone, die wir schon unterlegt haben. Das heißt, man kann hier schön mit circa 33%, wenn der Stift geht, hier 33% reingehen, hier 33% reingehen und dann hier unten eben auch nochmal mit 33%. Ist natürlich alles nur Vorschläge von meiner Seite aus, ihr müsst es nicht so machen, es ist nur ein Vorschlag meiner Seite aus, wie ich jetzt da in den Markt reingehen würde, wenn ich jetzt noch nicht drinnen wäre. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt auch hier 100% oder je nachdem unten dann immer die gleichen Traschen reinkaufen. Das ist alles eure Sache, das sind jetzt nur so die Zones, die am meisten Sinn ergeben. Natürlich wegen dem 0,5er und Golden Pocket, weil hier meistens ein Turnaround-Bereich ist, das heißt, dass der Kurs hier runter geht und dann von hier aus nochmal nach oben hin korrigiert. Huch, das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich nochmal so einzeichnen. So, und dann nach oben hin weiter den Trend fortsetzt. Aber wir haben halt hier einen speziellen Pump, der ordentlich nach oben hingeschossen ist mit einigermaßen viel Volumen. Das heißt, der Markt könnte hier auch durchrauschen und dann eben die nächste Zone erst hier unten bei, ich sage es mal, zwischen 26 und 23 US-Dollar Cent antesten. Übergeordnet, wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal angucken, ich mache hier wieder das Fit-Level weg, hatten wir jetzt bereits den ersten impulsiven Anstieg hier unten, also von unserem Bärenmarkt-Low hier im November 2022. Den ersten fetten Anstieg, dann den zweiten, das war dann dieser. Und jetzt noch so eine Zwischenkorrektur wäre gar nicht so verkehrt, um dann möglicherweise hier den Bullrun endgültig starten zu lassen, beziehungsweise dann den dritten und letzten Pump nach oben hin zu machen. Also es kann auch schon gut möglich sein, jetzt mal abgesehen davon, dass noch Halving kommt bei Bitcoin und was weiß ich, was da noch alles kommt, dass das möglicherweise dann schon auch, vielleicht noch erlebt werden, ich kenne mich da nicht aus, aber dass wir dann hier den dritten und letzten impulsiven Anstieg haben. Und dieser, wenn wir uns jetzt hier das Fit-Level von unserem All-Time-High zu unserem Bärenmarkt tiefsetzen, könnte uns dann zumindest mal in diesem Bereich von ungefähr, ich sage es mal, 1,93 Dollar bringen. Das ist wahrscheinlich sogar noch relativ niedrig angesetzt, weil es ja nur von hier aus ein 3X wäre. Das heißt, wir hätten hier eine Market-Cap von ungefähr 1,5 Milliarden, das ist eigentlich nichts. Das heißt, hier können wir möglicherweise sogar von höheren Kursen zwischen 3 und sogar 4,25 Dollar ausgehen, wenn das dann wirklich so dieser letzte impulsive Move dann ist oder längerfristige Move für einen potenziellen Bullrun. Gerne mal eure Preisziele unten reinschreiben, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Vor allem auch, wenn wir jetzt mal von unserer Kaufzone das angucken und dann wirklich solche Kurse, das wären 2400 Prozent, das wäre schon heftig, aber man weiß nie. Wir hatten einen relativ guten Einstieg und wir hatten natürlich nicht den besten, der beste wäre hier unten gewesen, aber trotzdem, die Kaufzone hier bei 17 US-Dollar sind eigentlich trotzdem Bombe, wenn dafür immer noch 2300 Prozent möglich sind. Das muss man natürlich auch mal so hinterlegen. Also schreibt gerne mal eure Preisprognose unten rein, würde mich interessieren. Natürlich gerne auch eure Altcoin-Wünsche und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Dann war es das von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, morgen geht es dann weiter ganz normal mit Bitcoin-Update-Video und einem weiteren Altcoin. Das war es von mir, schönes Wochenende, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.